Einem Insider zufolge plant Prinz Harry, seine Zeit zwischen Großbritannien und den USA aufzuteilen. Laut einer Quelle möchte Prinz Harry berichten zufolge ein Haus in Großbritannien kaufen, da er seine Zeit zwischen Großbritannien und den USA aufteilen möchte. Doch der jüngste Schritt des Herzogs von Sussex sorgt für Spannungen zwischen ihm und seiner Frau Meghan Markle, die angeblich in den Staaten bleiben will. Die Quelle sagte okay. Zwischen dem Paar gibt es in dieser Frage eine Meinungsverschiedenheit, aber sie werden bald anfangen, nach einer eigenen Immobilie in der Nähe von London zu suchen, und Harry ist dabei maßgeblich führend. Harry werde seinen Vater, König Charles, nicht um ein Grundstück auf dem königlichen Anwesen bitten, fuhr die Quelle fort, aufgrund des »Problems«, das mit Frogmore Cottage aufgetreten sei, von Zeit zu Zeit eine kleine Wohnung im Kensington Palace zu nutzen, ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn es um ein Haus in Großbritannien geht, werden sie es selbst kaufen, erklärte die Quelle. Das Paar wurde Anfang des Jahres gebeten, Frogmore Cottage zu verlassen, nachdem Harry im Januar seine Memoaren, Spare, veröffentlicht hatte, die viele intime Details über die königliche Familie enthüllten. Darüber hinaus haben Harry und Meghan begonnen, darüber nachzudenken, wo ihre Kinder zur Schule gehen sollen. Die Quelle behauptete, es ist noch nicht entschieden, wo Archie und Lilibet unterrichtet werden. Der Herzog und die Herzogin von Sussex zogen 2020 in die USA, nachdem sie ihre königlichen Pflichten niedergelegt hatten. Seitdem hat sich das Paar von der Firma entfremdet und hat im Laufe der Jahre immer wieder für Aufregung gesorgt. Seitdem hat sich das Paar von der Firma entfremdet. Seitdem hat sich das Paar von der Firma entfremdet und hat sich das Paar von der Firma entfremdet. Seitdem hat sich das Paar von der Firma gegessen,se Spiderium ent abandoned und hat sich alles zu conditionalisieren,